Kunst am Ende der Welt. Im fernen Tasmanien, in abgelegenen Tälern der argentinischen Anden, auf einer japanischen Inselgruppe und am Rande einer chinesischen Metropole. Sammler haben sich ihre Träume erfüllt und aufregende neue Museen gebaut. Wer sie erleben will, muss sich auf eine lange Reise begeben. Untertitelung des ZDF, 2020